Hallo Luca hier von FasterBikes. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen wie ihr das Egg Rider Display richtig updatet und aktiviert. Hierfür wird lediglich ein Smartphone und nur die Egg Rider App benötigt, nichts anderes. Jetzt schalten wir den Egg Rider und den Akku an und dann öffnen wir die Smartphone App. Im ersten Punkt, wenn ihr die App zum ersten Mal installiert habt, müsst ihr jetzt hier alles zulassen. Den Standort zulassen. So, dann haben wir jetzt hier, schaltet jetzt sofort dieser Egg Rider auf. Hier steht auch Not Activated. Hier steht auch Not Activated. Und jetzt müssen wir, also wenn das bei euch nicht angezeigt wird, einfach einmal von oben nach unten scrollen und dann startet hier diese Suche. Hier. Solange ihr sucht, kann es dauern. Und sobald ihr fertig gesucht habt, sollte hier der Egg Rider auftauchen. Bei mir war es natürlich schon hier. Jetzt tippen wir hier einmal auf den Egg Rider und tippen auf Activate Now. Jetzt fragt dich die App, wo du den Egg Rider her hast. Hier gibst du natürlich ein Faster Bikes. Insofern du den Egg Rider von uns gekauft hast. Als nächstes haben wir die Order Number. Das ist die Bestellnummer. Diese findest du auf der Auftragsbestätigung oder auf der Rechnung. Dann musst du hier deine E-Mail Adresse eingeben. Ich gebe jetzt hier meine private E-Mail Adresse ein. Das muss ich nachher noch ausschwärzen. Und hier kannst du deinem Fahrrad einen Namen geben. Ich nenne das Fahrrad jetzt einfach mal Scott, da es sich hierbei um ein Scott-Fahrrad handelt. So. Dann Activate Now. Und die Aktivierung läuft. So. Nun ist der Egg Rider aktiviert. Jetzt können wir hier wieder zurückgehen. Und dann sehen wir hier wieder, dass der Egg Rider nun verbunden ist. Connected. Für die restlichen Einstellungen am Egg Rider haben wir bereits ein Video erstellt. Dies beinhaltet auch die alte Methode, um das Display abzudaten. Diesen Teil könnt ihr ignorieren bzw. überspringen. Das Video habe ich in der Infobox nochmal für euch verlinkt. So. Jetzt kommen wir zum Update. Hierbei jetzt nicht so wie ich das gerade gemacht habe, auf das Display drauf tippen, sondern einmal drauf klicken und drauf bleiben und diesen Balken dann nach rechts ziehen. Dann haben wir jetzt hier eben Rename und Update. Und jetzt klicken wir hier ganz einfach auf Update. Connected from the Egg Rider. Der Egg Rider befindet sich jetzt auch im Update-Modus. wie das aussieht, seht ihr hier. Und jetzt können wir hier die neueste Firmware auswählen. In unserem Fall wäre das jetzt natürlich die obere. Diese hier. Da tippen wir jetzt auch einfach noch einmal drauf. Alert. Are you sure that you want to update the Egg Rider? Yes. Also hier einfach bestätigen. Quasi, wir sagen, bestätigen, dass wir das Update wirklich aufspielen wollen. Jetzt dauert das Ganze eine Weile, bis der Egg Rider auch wirklich upgedatet ist. Wenn ihr keine komplett alte Firmware auf euren Egg Rider habt, dann sollte sich der Egg Rider selbst in den Update-Modus versetzen. In unserem Fall hat er das gemacht. Jedoch sind wir jetzt wieder disconnected vom Egg Rider. Connection lost. Status activated. Jetzt verbinden wir uns hier nochmal. Und schon sind wir mit der neuesten Version des Egg Riders verbunden. Sollte sich der Egg Rider eben, wie bereits erwähnt, nicht von selbst in den Update-Modus versetzen, seht ihr hier, wie das Ganze funktioniert, damit ihr den Update-Modus versetzen könnt. Okay. Im ausgeschaltenen Zustand einmal die Taste nach oben und hinten auf den Power-Knopf gleichzeitig. Und schon seht ihr hier im Update-Modus. Und dann habt ihr eben wieder hier, wenn ihr dann die Egg Rider-Page öffnet, könnt ihr jetzt hier wieder auf den Egg Rider draufklicken. Und dann kommt ihr auch in der App sofort auf die Update-Seite. Und hier dann eben einmal wieder das gewünschte Update auswählen und wieder dasselbe warten. Nach dem Update solltet ihr den Egg Rider nochmal neu starten. Also sprich aus- und wieder einschalten. Und schon ist das Ganze geupdatet. Ja, das war es schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ja, das war es schon wieder.